Es begann am Montag, wir wussten nicht wohin. Die Mails kamen alle viel zu spät und die Termine ohne Hand und Sinn. Wir stiegen ins Taxi, ein Wolkenbruch setzt ein. Dabei mussten wir in 15 Minuten schon beim Sendestudio sein. Und wir standen im Stau und kamen nicht voran. Darum stiegen wir aus und in die Straßenbahn. Und wir zogen kein Ticket, denn wir sind beide Rebellen. Eine Viertelstunde später, das war richtig schnell. Wir waren beim Sendestudio, ja beim Sendestudio. Es war wunderbar, Sarazar mit güldönem Haar. Es war beim Sendestudio. Oh, das hat keiner gemerkt. Schönen Freitag. Schönen Freitag.